So, dann lass doch mal gucken. Also, wir haben einen ungiftigen Wachsmalstift. Wir haben gelbe Farbe, eine Schere, Hexenhut, Sand. Ich denke mal, wir müssen irgendwie ein Kissen basteln, aber wir haben kein Kissen oder so. Kein... Zumindestens... Ah, Kissen. Ah, lol. Ein Bonbon? Hä? Da lag doch gerade ein Bonbon, oder? Können wir das kombinieren? Okay, sie will also es noch... Warte mal. Sie will es noch flauschiger machen. Oh, Mr. Unicorn. I'm honestly really, really sorry. I just have to do this one last thing. Ja, ja. Oh, dear. I hope this stuffing is worth it. Yes. Das werden wir ja jetzt sehen. Ja, es tut mir echt sehr leid. Aber gut. Okay, Samtkissen. Da haben wir es endlich. Ein schönes, weiches Kissen. So, tja. Das werde ich jetzt mit Sicherheit der Katze geben können, oder? Weil ich wüsste jetzt echt nicht, wie ich ihr sonst noch ein Bett basteln kann. Pass mal auf, wir versuchen das. Oh. Ja, wie süß. Kriege ich jetzt? Look how cute he is. All sleepy like that. Now is my chance to get that necklace. Jawohl. Aber... Ein Diamanten. Hm. Können wir das kombinieren mit der Linsen? Nee. Okay. Und bemalen können wir es auch nicht gelb? Hm. Okay. Gehen wir nochmal nach oben und gucken uns alles an. Vielleicht hat der Ben ja auch noch irgendwelche Ideen. Okay. Hi, Ben. Okay. Tschüss, Ben. Das war das beste Gespräch ever. Gut. Hier oben haben wir nichts mehr. Hier kommen wir irgendwie erstmal an nichts wirklich dran. Ich weiß, Apfelos. Was? Was? Oh, widerlich. Muffiger Schimmel. Okay. Die Katze schnurrt vor sich hin. Jetzt habe ich zweimal das Schnurren. Einmal von meiner Katze und einmal von der Ingame-Katze. Sehr schön. Okay, tja, wir haben... Hier brauchen wir einen Schlüssel. Da haben wir alles auch rausgeholt. Da haben wir jetzt auch was rausgeholt. Der hängt da immer noch feste. Bei ihr haben wir alles geholt. Ich denke mal, von der Hexe müssen wir später irgendwas aufnehmen oder so. Ich weiß nicht, weil... Oder... Ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Tja, funkensprühendes Kabel. Können wir mit dem Schimmel vielleicht die Spüle verstopfen? Damit das Wasser rauskommt? Nein. Okay. Hexenhut. Briefbeschwerer Linse. Können wir das vielleicht anmalen? Oh, du arme, arme Maus. Es tut mir so leid. Oh Gott, ist das widerlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, für was war der Schlüssel? Für das hier? Okay, warte, lass uns das anders probieren. Ein Tresor? Warte, wo ist die Handel? Varingo? Are you there? Varingo? Ich dachte, du sagst, dass der Button hinter dem Schimmel war. Well, ja. Aber der Button ist da, ich versuchte. Es ist... Well, es ist in der Schiff. Okay. Okay. It's simple. Don't worry. I've watched Winfrieda open it a hundred times. Yeah. The large hole is for a diamond-shaped key she uses. She keeps it on the cat's collar for safekeeping. That's great news. I already managed to get that. And... One other small thing. There's... Two locks on the safe. Und ich weiß auch schon wie. So, okay, also der Diamant wird auch da benötigt. Oh, den haben wir noch, okay. Und jetzt die Stimme. So, uh, how's the weather out there? What? How dare you? You just wait, child. We'll regret this. Oh, you will regret this. Yep, that should do it. Okay, erstmal schön aggressiv machen und dann schön aufnehmen. Das ist die beste Strategie. Okay, ich bin gespannt. What? How dare you? You just wait, child. You'll regret this. Oh, you will regret this. Nice! Oh. Zeugs, ja. An amulet. Some blueprints of some sort. And, uh, book of witchcraft. It's full of spells. Oh, what's this? A portrait? There's a button. This is a little unusual. It's a family portrait, but it's family. And why does the witch have it locked away? Oh, da wurde jemand. Oh, he looks something like the old witch. Only different. I wonder if it's a relative of some sort, maybe? The corner has been ripped out, too. Another person was in this picture before. I guess the witch didn't want them in there. I don't know what the witch is up to, but I'm going to hold on to this. These people may be in danger. If I ever find them, I should warn them. Hmm. Okay. Oh, nice! Oh, yeah. We as girls, of course, go ahead. Oh, my god. It's just... It's just a basement. A dead end. Huh? Greetings, young one. Ah! What is this? Shhh. What? Shhh. And greetings again. What a glorious fate that has brought you to this death. Oh. Um... Thank you? Tis so long. I have waited in the dust and the gloom. For your ill-fated arrival to me in this room. You... knew I was coming? Indeed, my dear Anna. For I see far and wide. The witch used me to find you. You had no place to hide. Oh. I see. Oh, but where are my manners? Yes. Since... Now you've come hither. I have no name to greet you by. Though... You may call me... Mir. Well then... Hello, Mir. Pleased to meet you. A pleasure, dear Anna. A pleasure indeed. Please... Ask me your questions. Okay. Weißt du, wie ich aus dem Turm hier herauskomme? Do you know a way out of this tower? I worked so hard to get down here. It is just a dead end. Ah, yes. The quest you have taken... Has indeed become dire. Fear not. For the answer lies within an object acquired. With me? I don't understand. Look. I'm sorry. I appreciate the help. I just don't understand these rhymes. You're only getting me confused and... And... I'm just so worried about Grandpa. I miss him so much. Come now, dear girl. Please not be afraid. To help people like you, tis why I was me. Watch closely now, for I travel far. To bring you the image of your beloved Grandpa. Really? Aww. Grandpa! Oh, no. He looks even worse than before. I cannot create lies. Tis the truth I must speak. And the tragic truth is with each day he grows weak. What can I do, mirror? Where do I need to go? Through the witch's dark woods, over the east cliffs of stone. So, lies the lonely village of Wunderhorn far down below. Within here these quarters lies a magician of heart pure. Find him, dear Anna, and you shall find your cure. A cure! I knew it! The village of Wunderhorn. Thank you, mirror. Really? I can't thank you enough. But let's not be hasty. You must first take heed. You cannot simply escape for protection. Okay. Wie meinst du, komme ich hier raus? How did you say I find a way out? You say it's something I have? Ah, yes. The quest you have taken has indeed become dire. Fear not, for the answer lies within an object acquired. With me? Wait, you don't mean the spell book, do you? Oh. It is needed a crucial element of escape. But the path you must travel still needs to take shape. Okay. Im Zauberbuch also. Protection? What do you mean? The witch you see, she'll never resign. Wherever you go, she will hunt down your mind. So what do I do? Once the path to escaping has been found and revealed, you must fashion a spell that will act as your shield. Okay. And that's in this spell book, right? Turn to page 44 and there you shall read of this spell with such strength that you will meet your need. It is an amulet you cast it on and wear from henceforth. Then all the tricks from the witch can simply be ignored. Okay. Okay. Oh, let's see. Hmm. Wait. All these ingredients. A raven's feather. A strand of hair from the one you need protection from. A blessing from the dead over the cauldron they are in. Then I need to heat them to a boil together. And then I need to dip in an amulet charged by the moon. Oh, mirror. How am I going to find all those things here? Rest assured, dear girl. In this tower, these are strew. Well, you can see everything, right? Can't you just tell me where to find them? Oh, I'm afraid I cannot. I have assisted all I can. The rest of the way is for you now to plan. Ah, somehow I had a feeling you might say something like that. Okay. Wird Ben wieder werden? Also, ich meine, natürlich gibt's einen Zauberspruch von Teddybär zurück in einen Jungen. Is Ben going to be okay? I want to help him, not put him in danger. It is certain that sorrow is within the boy's tail. But your help, I can assure, will be off of you. Hmm. I suppose I see. Okay, und ich glaube, das war's dann auch schon. I'm going to keep looking. I still have a while to go before I can get away from here. Indeed, brave child. I'll be here when you're stuck. With your search though, I wish you the best of luck. Thank you, mirror. For everything. Okay, dann würde ich doch mal sagen, suchen wir uns hier erstmal alles zusammen. Also, was es so an Items gibt. It's too far away. I can't reach. Okay, was ist damit? Nope, doesn't work. Klappt auch nicht. Gut. Nope, I don't believe I need any of them. So, which book should I have a look at? Gefährliche Kreaturen, Kommunikation mit dem Jenseits, Leitfaden der finsteren vertrauten, Party-tricks. Nichts. Party-tricks. Okay, dann fangen wir an mit Kommunikation mit dem Jenseits. Communicating with the other side. Alright, here we go. Summoning the spirits of the dead. Those who pass on to the other side leave a remnant of their past lives in our world. This will most often come in an object, something close to their heart, their spiritual essence. One of the basic summoning techniques is to take such an object with you to sleep during sleep. The spirit will seek you out in open communications. Hmm. An object of someone past. Okay, vielleicht hat der Geist oben einen Gegenstand hier irgendwo zurückgelassen. Und wir können das vielleicht irgendwie benutzen. Dann hätten wir das auch schon. Nice! 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 Nice. Yeah, okay. Aha! This is what I need. The common raven. It is not uncommon to find ravennests within rooftops or rafters of cabins and houses. Ravens who have settled down, however, become extremely territorial and aggressive in nature. This is all the more reason why they make an ideal pet for any evil persons. Okay. Gut. Das heißt, wir haben also eventuell Raben auf dem Dach. Ähm, die müssen wir vielleicht irgendwie verärgern, damit wir die Rabenfäde bekommen. Dann, ähm, ein Amulett haben wir. Ja, was, wir können ja mal ins Inventar schauen. Wir hatten doch hier ein Amulett da. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwie mit, ähm, mit dem Mondlicht auffüllen. Und was haben wir hier noch? Baupläne. Hm. Ja, das klingt doch sehr gut. Okay. Okay. Just a plain Amulett at the moment. According to the spell, I need to somehow charge it with moonlight? Gn-no. Okay, so, the protection spell. A raven's feather. A strand of hair from the one you need protection from. A blessing from the dead over the cauldron they are in. Then I need to heat them to a boil together. And then, I need to dip in an Amulett charged by the moon. Simple, right? Okay. Also, die, soweit ich das jetzt verstanden habe, ähm, eine Rabenfäder. Das Haar von demjenigen, was wir, äh, wovor wir beschützt werden sollen. Also von der Hexe. Ähm, das Amulett mit Mondlicht. Und was war da noch? A raven's feather. A strand of hair from the one you need protection from. A blessing from the dead over the cauldron they are in. Then I need to heat them to a boil together. And then, I need to dip in an Amulett charged by the moon. Simple, right? Okay, und den Segen von den Verstorbenen über dem Kessel. Gut. Ähm, wir haben leider noch nichts von den ganzen Sachen. Haben wir es gekriegt? Oh, schade. Schade, schade. Ich hab mich schon gefreut. So, was können wir noch? Hier können wir noch. Abfluss. Hängt fest? Okay. Ein Goldring. Hm, da geht's weiter hoch. Okay, hier noch den Tisch untersuchen. Ein Goldring. Okay. Hm. Können wir das Buch denn schon da hinstellen? Okay, und das Porträt wahrscheinlich auch nicht, ne? Und ich habe gesehen, wir haben ein Party-Trix-Buch-Dingens hier. Ob es der Ehering ist von dem Geist oben? Das wäre perfekt, dann hätten wir den nämlich schon gefunden. Okay, also wir haben jetzt einige Sachen bekommen. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir damit jetzt noch so schönes alles machen können.